Was macht dich als Immobilienmakler erfolgreich? Vor allen Dingen, was sind die Herausforderungen, die du als Immobilienmakler tagtäglich meistern musst? Mein Name ist Heinz Bosbach, ich bin seit 30 Jahren in der Immobilienbranche aktiv und seit über 11 Jahren als Coach für Immobilienmakler. 2005, 2006 habe ich eine Blaupause entwickelt, wie man den idealen Maklerbetrieb aufbaut. Was ist eine Blaupause? Eine Blaupause ist im Prinzip ein ideales Vorbild, bestehend aus Strukturen, Prozessen und einem System, was du als Immobilienmakler 1 zu 1 Schritt für Schritt nachbauen kannst und damit dein Unternehmen aufs nächste Level zu bringen. Und damit sind wir schon auch direkt bei einem ganz, ganz wichtigen Punkt, nämlich vom Makler zum Unternehmer. Und glaub mir eins, als ich vor über 30 Jahren meine erste Immobilie verkauft hatte, habe ich überhaupt gar keine Ahnung gehabt. Und dann habe ich mich Schritt für Schritt an das ganze Thema rangepürscht. Früher gab es noch kein YouTube, früher gab es noch nicht an allen Ecken und Enden irgendwo Wissen. Man musste auf Seminare gehen, man musste sich Mentoren suchen, mit vielen Leuten sprechen. Und glaub mir eins, ich habe oder ich bin in so ziemlich jedes Fettnäpfchen getreten, in das man treten kann. Ich könnte auch sagen, in jedem Scheißhaufen. Und das hat teilweise richtig wehgetan und vor allen Dingen auch sehr, sehr viel Geld gekostet. Das war auch einer der Gründe, warum ich 2010 angefangen habe, Makler zu coachen, weil mich immer mehr Immobilienmakler gefragt haben, hey Heinz, wie hast du eigentlich das bei dir selbst implementiert? Wie hast du es selber umgesetzt? Und das hat mir sehr, sehr große Freude gemacht, sehr viel Spaß, sodass ich mehr und mehr in dieses Coaching-Business reingewachsen bin. Was erwartet dich hier auf meinem YouTube-Kanal? Erstes Mal jede Woche neue Videos. Zweitens, wie kannst du deine Objektakquise aufs nächste Level bringen? Wie kannst du den Einkauf so strukturieren, dass du systematisch immer wieder neue Objekte bekommst? Und vor allen Dingen, wie kannst du Immobilien auf einem so hohen Level verkaufen, dass du deiner Konkurrenz immer einen Schritt voraus bist? Genau das erwartet dich hier. Ich habe über 2000 Immobilienmakler in meinen Schulungen, Seminaren und Trainings gehabt. Wir veranstalten regelmäßig Seminare. Unsere Coaching-Programme haben mehrfach bewiesen, gerade bei unseren Teilnehmern, dass sie mit unseren Inhalten sehr, sehr erfolgreich sind. Also lass dich einfach von uns und unserem Kanal hier inspirieren, von unseren Podcast-Folgen und von vielem mehr. Und natürlich lade ich dich auch ganz herzlich ein, zu einer kostenfreien Coaching-Session, mich bzw. uns mal persönlich kennenzulernen. Und ansonsten wünsche ich dir viel Spaß hier auf unserem YouTube-Kanal und abonnieren nicht vergessen. Und natürlich auch unseren Instagram-Kanal, dem du gerne folgen kannst. Also, ich freue mich auf dich, freue mich von dir zu hören, fleißig kommentieren vor allen Dingen. Und in diesem Sinne, alles Gute und viel Erfolg.